3 Ah, jetzt habe ich schon die Aufnahmetaste wieder mitbekommen Alles bei mir immer blöd, die schreibt sich dann hier irgendwo wieder rein So, 4, 6 habe ich jetzt gerade gemacht Wie viel Cable habe ich da noch, beziehungsweise 2 nur noch davon Wow, habe ich auch nichts mehr, ach warum auch Wie viel Circus habe ich da noch, 27, ja, kommen wir noch ein bisschen mit aus Beziehungsweise Wie sieht es denn eigentlich aus, dass ich hier was machen kann Ach, der ist, ach so Der ist immer noch am Kupfer machen, okay Der ist ja immer noch am Kupfer machen Alles klaro Dann kann ich das doch ein bisschen was rausholen, ja, wo ist denn Kupfer Wie viel hat er denn mittlerweile 4, 5, 6, 6 Jetzt habe ich die Starttasse nicht gedrückt hier, so Gut, dann mach das einfach mal so Tu hier paar rein Und die tust du hier rein Dann machst du nämlich noch ein paar Kupferplatten, die brauchen wir nämlich auf jeden Fall massig Wird auch ein Rezept sein, aber da kommen wir auch noch später zu Gut, Kabel habe ich jetzt keine, weil mir auch Robber fehlt Obwohl, komm Kriegen wir hier noch raus Zwei Stück machen wir nur, weil den Rest will ich dann einfach noch hier drin behalten Eins, zwei, oh Ach, da habe ich noch was Na gut Machen wir fertig, was wir kriegen können Dann können wir nämlich noch ein paar davon machen Dann machen wir nochmal Achte, neune Ja, 16 brauchen wir allein Dann machen wir nochmal 20 Stück Das ist doch gut 20 Stück Brauchen wir noch ein paar Kabel Wetstone Und Zinn Brauchen wir achte Das so, das so Und jetzt brauchen wir noch Öfen Ein Ofen, ein Ofen, ein Ofen Offen, da Generators Dann brauchen wir die Dinger hier unten Glas und Kohldast Ich glaube, so in der Reihenflüge, so rum Und das andere so, genau Acht Stück 200 Transformator, zwei Kabel und drei Kupfer So, dass ich noch zwei Kabelchen habe Ja, haben wir noch genug Ja, genug nicht Aber etwas haben wir hier noch rumfliegen Dann können wir nämlich nochmal ein so Ding hier machen Und dann haben wir noch ein Low Voltage Ist nicht viel, aber immerhin Ist doch noch was da dafür Du kannst nur nachts schlafen Ich will aber jetzt schlafen Wie wär's mit jetzt? Gucken wir mal gerade Also das Glas kann man so geil abbauen Wie wär's mit jetzt immer noch nicht? Müssen wir noch so ein Bettalarm machen Der immer so kurz so angeht Dass ich weiß Oh, jetzt kannst du ins Bett gehen Das wäre auch noch eine maßgebliche Ursache vielleicht Dass ich das noch hinkriegen würde Hier, Teakholz Wollte ich dann noch mitnehmen Hier nehmen wir noch ein bisschen mit Zack Ein bisschen Glas Haben wir doch auch noch hier Klares Glas Ja, da haben wir auf jeden Fall massiv Von der Tisch ja auch Viel von dem Sand verbrannt Das läuft Overclockers brauchen wir noch Brauchen wir aber wieder Wabber Wär ich nicht Aber dann in den Ofen einschmeißen Und ich lasse ihn dann laufen Ja, einfach mal Wird sie dann zurechtfinden Will ich hoffen Gut So Jetzt wollte ich hier einmal drumherum mit Holz lang gehen Weil hier brauche ich ja gar kein Licht drinnen Und dann machen wir hier Reicht aber gerade so So gerade eben für ein bisschen Unsinn Und hier auch noch Glas Das ist ja nicht sicher Das weiß ich So, jetzt bin ich gerade mal am Schauen Machen wir das denn vielleicht so Oh, nee, warte mal so Oh Ich kann ja noch zur Not hier reinspringen Von oben sieht man es ja ähnlich Und von unten Sieht man es da Ja, man sieht es Von hier Aber ist ja eigentlich auch egal Hauptsache ich komme da wieder rein Und kann dann schauen, dass es funktioniert So, noch eins dran hängt Noch nichts in die Luft geflogen So, Strom Geht auf jeden Fall nicht unter Null Das ist doch schon mal gut zu wissen Und ein bisschen mehr Dafür verbraucht Alles klar Weil dann würde ich nämlich jetzt Das machen Das habe ich jetzt Gucke ich mal, wie weit die Bienen noch sind Und dann sollte ich auch so langsam Aber sicher auch mal bei mir im Keller weitermachen Aber ich muss ja erst das mit dem Computer fertig kriegen Ja, die Bienen sind wieder fertig Das ist gut Ja, weil das muss ja da vorne auch laufen Jawohl, die ist normal und fast jetzt schön geworden Normal und fast Kürzeres Leben Und die wird dann wohl Ja Das ist die die Reine Mit der Immer offen, dass wir da jetzt ein Pärchen rausbekommen Und dass ich die dann auch automatisch laufen lassen kann Gut Das läuft, das läuft Jetzt wollte ich noch ein bisschen Jujo Meta Ich brauche ja ein bisschen Wadstone Und ein bisschen Wabba wieder Danach muss ich erst einen kurzen Cut machen Weil es ist ja schon wieder ziemlich spät Und wir haben zu viele Aufnahmen gemacht Also ich nehme momentan zu ziemlich viel Aufnahmen Das ist ja schon auf Ah, komm, wir nehmen ein paar mehr mit hier Ah, komm, das, was mal hier drin ist, ist gut Weil dann kann ich nämlich das Akton-Kreffwerk auch noch zusätzlich starten lassen Werde aber an Vorsichtshalber ein Safe machen Dass ich halt auf eine Nummer sicher gehen kann Dass mir hier nichts passiert Also, wenn es in Luft fliegt, fliegt es in Luft Ich kann dann Safe draufziehen Weil ich werde jetzt dann abwesend sein und schauen Halt für ein, zwei Stunden Läuft das Setup Beziehungsweise läuft das mit dem Programm Das möchte ich halt dann haben So, machen wir das mal hier eben so Einmal Wadstone Tun wir mal ein bisschen fertig machen hier Kann ich das nicht sogar schon einspeichern, wie viel Julia mit hatte denn hier drinne 2000 Schmeiß mal hier rein, nochmal weg Ich kann doch hier craften Mach mal hier Nochmal da von Wad Und mach mal hier noch von Wad So, wie sieht's aus Mit Juju Meta Ach, jau Okay, hat er ja noch genug Da hat er ja noch genug Ja, Eisen habe ich auch noch ein bisschen Feindeisen habe ich noch So Muss ich jetzt noch ein paar Hitzeplatten wiederherstellen, weil die mir ein Jahr durchgefiffen sind Hitzeplatten Da sind noch 31 Stück Ah, nee, so Und so Schauen wir mal, wie viel Platzzeit noch drin ist Ich glaube aber, ja Können wir das Wabber auch nachwerfen Zumindest dieses Zeug hier Kautschuk Da ist es Nee, hier, lass mal die 26 da drinne Kann ich nämlich hier sagen Komm, schmeiß hier rein Wird schon Und was habe ich denn noch so eingespeichert? Gucke ich gerade mal Glas Zinn Zinnstaub Äh, komm, machen wir auch noch ein paar Stacks Zinn Auch noch ein bisschen Zinn fertig Iridium Brauche ich gerade momentan nicht So, wo hat er den Zinnstaub? Da hat er ihn Ja, gut Das ist auf jeden Fall ein bisschen Was hier noch geschmolzen wird In der Zeit, wo ich ein bisschen offline bin Nur körperlich offline Und nicht hier komplett im Spiel offline Gut Gut, dann war das hier jetzt mal eine kleine kurze Folge Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Und ich hoffe, mit einem funktionierenden Atomkraftwerk Bis dahin, euer FlashLB Und tschüss Tschüss